ja willkommen zurück zu pixelmann hallo die musik will nicht angehen ich weiß warum ich weiß warum nun die zu musik alle wiedergegeben sind zwar alles andere ja die ja das ist sehr gut ist das passt und wir machen jetzt die ersten Punkt ja wir haben wirklich die Lärm abbekommen gebunden und wir haben wir waren auch ein bisschen der Plantage angefangen die immer diese für die Pokébälle was muss eigentlich auf diesen Amboss legen weil wir die Unterteile mein ich was du hatte wird wir haben halt jetzt einfach alles so er bekommt die Pflanzen von Pink bis zu äh gelb und ich denke mal ja Jakob kann ich dann euch später zeigen oder jetzt gleich noch immer so und ja was wärs dann? Wie geht das mit dem Hammer? Du musst mit rechtsklicken, äh linksklicken aha ich dachte schon nicht ich klickst du die ganze Zeit so rechts und kommt da so zurück ich so ok wir machen jetzt Pokébälle genau das ist hier die Oberseite mit der Zeit ist ah ja da ich muss noch ein bisschen lernen hier oh yeah ich hab mir ein Pokéball mit Ultraball habe ich denn wir waren ja aber auf oder? bis jetzt zu die Pokébälle gericht aufteilen weißt du? so ja Unterteile bräuchte ich dann glaube ich auch noch mehr also so viel ich habe jetzt nur ein Ball machen können ein Ultraball nein du kannst ja alter sorry du kannst ja aus äh 3 Bären je also 5 machen Pokébälle weißt du? aus 3? ja 3 also 6 Bären sind 10 Oberteiler von Ball und äh das sind ja 10 Bälle ich hab konnte jetzt ein Ultraball machen eben ich werde 10 Pokébälle machen können da brauch ich noch Unterteile ok weil wir haben keine gelben mehr vielleicht ist draußen schon was gekommen aber am Pflanzen ist es auch noch wieder ne? noch nichts gekommen hat es noch andere die man am Fernsekanal ja ich war es ist ja gleich alle an gut Unterteile sehr gut oh die schwarzen hier so ja war auch noch drei Unterteile eigentlich ja ich habe mir noch aber gleich ja warte die pinken hier ne? das ist nichts mehr ne ah jetzt ist alles auf der richtigen Höhe sagst du das können hier hier könnte das nicht sein kommen äh vorhin war ich so auf einen drauf hab's rumgestattet genau die unter mir ne? ja klar sag, sag, sag und hier hier Iron Base danke die schön wie macht man die Iron Base eigentlich? äh das machst du drei Iron in der in der Mitte der Cracker Bench das wäre cool eigentlich äh kennen wir die nicht warte die Teile weißt du die Apricot direkt in den Ofen ach so ja stehen hat ja coole training ok ja äh eisenmitte in die Ofen äh oder was aber ich glaube ich weiß wie und in der Fall ja ich hab's schon rausgenommen so wie er bei einem Teil 0 ah ja verschuldet das aber nicht alles verbrauchen vom Eichern schon klar warte ich will jetzt hier noch ein paar machen eigentlich mal äh zehn wieder bis auch noch mit hast du fünf zu ok ok danke ja ok das check ich jetzt sogar wo wundern da ah ich mit rechtsklicken links das ist nur ein bisschen angewöhnungsbedürftig glaube ich ja wie lange spielst du jetzt eigentlich schon Pixelmann? das ist nur ein paar Wochen als ich mal das erste mal Pixel und so das war die Leid 1992 da war ein bisschen die Zeit und ich bin jetzt nicht Krieg 192 oder nicht genau nein das ist mal bei einem anderen YouTuber immer ab und geballert das ist die Hälfte wie immer aus dem pinken was machst du aus den Pinken und nicht noch ja halt auch wo geballert was für dich Prozent warte da wären dann noch vor ah ok so wie macht man die kittlern sich auch durchmachen oder warte kurz warte das war ja ich bin auch ein bisschen Vicky nur von einfach h 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 den 19 mehr die Karte zu Bildung wenn man er ist gebraucht also ich die Pokimane an was ich hab hier gleich noch was will auch Wort ich habe mal das herrlich weiß ist das ist das danke gehen wir zu sagen oder die hat das schlafen weiß es ist nicht mehr gelingen schwarzen müssen schwarz abkalt da ich schlafe außerhalb auf dem dach ich nicht nun schlafen und schon bald geht nicht ja irgendwie ich bin im Bett wenn ich auch gehen nochmals und da bin ich da draußen jetzt geht mal schauen der boss ist nicht mehr hier nein egal anreibern level den Bund der Arbeit auch zu viel aus ja auch mit wo soll es so Milch Milch Tank mit der Gantt mit den Nein Milch Tank ich schwöre sich ich hole mir so ein Milch Tank noch meinst du nein eben nicht das ist das kleinste Milch Tank ich je gesehen habe er hat nicht nicht an den Mund schießen das ist der Grund für sich wenn der Welt an der Wissett mit der Klinik er wird sechs mit der Klinik er hat ja mich auch für zwei Hits und der haus hat der pokémon auf dem dach und schweißen das war ein tritt für euro scheiße ich hätte es aber verlieren theoretisch ich könnte theoretisch sogar noch verlieren ich bin tot ja ich hab's level 16 entwickelt sich meint entwickelt sich also warte jetzt ist es ein glumander oder nein vorher war es eins jetzt ist ein glurak nein glurak ist die oberste oh warte dragon rage dragon rage kann ich jetzt machen anstatt was soll ich das machen ich denke anstatt growl oder ja growl heuler so meins hat jetzt dragon rage rage ein bisschen rum wie ein drache was haben wir hier dieser level 43 halbmund hier unser schöner pokémon ich würde sagen eigentlich bald feiten wir mal gegeneinander ja wenn wir auch mal pokémons noch fachet wird genau und nicht nur unseres auflernen oh lol wie viele bären schon wieder gewachsen sind wirklich warte ich mach das gleich schon jetzt ja eigentlich schon schwarz äh pink nein ja ich dachte schon wie dich jetzt schon wieder eins gibt wollen wir kämpfen warte wieso seien sie jetzt auch entwickelt nein noch nicht ja warte ich komm gleich warte ich geh jetzt noch ein level entwickeln ok kannst du okay blaues ah ne ist schon ah ist ja das richtig jetzt ne einfach so ein pokémon ne oh das hat wieder ein pinkes draußen ich will jetzt eigentlich noch eins fangen mal will ich auch noch mal cool finde warte kurz die kämpfe gleich gleich naja ich bin ich bin sowieso wieder losgelaufen ok graveler 25 man könnte es versuchen theoretisch ja aber er stein ist so effektiv gegenteil ja in der 35 erbräuchte jetzt wasser ja schon jetzt habe ich ganz gefunden das gut ist das will ich auch gerne haben ich glaube ich zwar auch ein Feuer ich bin zu dumm und weiß es nicht und dann jetzt trifft endlich ja klar hallo ah jetzt habe ich es ja weit ich sehe nur schwarz im Moment gerade ich habe das ist abgehauen das will das geflohen er hat einfach weg ist von der ja kein aussehen weist dragon rage alter wie geil wie geil ich habe es so tief runter gemacht nein ich bin so dumm ich habe auch auf run gedrückt anstatt auf back ach man egal dragon rage macht es genauso tief runter dass ich es genau perfekt fangen kann oh geil nein das ist schon wieder abgehauen ich verbrauche nur eine attacke die ich nur zehnmal kann aber scheiß drauf jetzt kann ich sie noch acht mal warum sehe ich nur schwarz hier bitte hau nicht ab ja ok jetzt muss sie aufpassen pokéball ich setze ich will es ich will es es ist ausgebrochen noch mal egal jetzt normale pokéball bitte 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 sonst bringe ich so mehr will es sich umbringen und nein ist es kein milchtank was ist das ja ich am bullpick level 17 und dragon rage hat es genau ins rote reingebracht weißt du so jetzt hat es noch den zweiten mond level 48 40 ja genau liegt mich am arsch schüttelten milchtank 0 0 und schon schon wieder umklingen die folge ist schon wieder vorüber nächste folge fighten oder ja schon wieder vorüber ich komme noch kurz noch kurz gegen dieses pokémon hier nein nicht back warum sehe ich schon wieder nur schwarze egal milch tank fighten oder so noch kurz sie ist hier den milch tank besiegen gut nice jetzt habe ich ja meine was und was ist schon wieder die Zwischenentwicklung für keine Sinne nicht Lomanda äh Wollpicks was ein Mal hier Zwischenentwicklung Lomanda Lomanda ich habe jetzt äh 18 ich glaube dass die ich weiß dass die 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 ja denn solle den englischen betrunken ja auch noch einmal ich hab zwei so ja ja leute dann im nächsten Park heißt es feiert und ich hoffe es hat dann auch wieder dabei bis dahin tschüss haut rein